12. Während die Nacht anbrach, marschierte O. wütend in seiner Blockhütte auf und ab und sammelte die nötige Munition zusammen. Er war erst vor einer halben Stunde zurückgekehrt, und der vergangene Tag war völlig für die Katz gewesen. 13. Zuerst war er zu Omega gegangen, der ihn sich ordentlich zur Brust genommen hatte, buchstäblich. Der Meister war stinksauer wegen der beiden verhafteten Lässer gewesen, als wäre es allein O.'s Schuld, dass diese beiden Nichtskönner eingelocht worden waren. 14. Nachdem Omega mit seiner ersten Runde fertig war, hatte der Arsch und Meister die Jäger aus der Menschenwelt abgezogen. 15. Wie Hunde an einer Leine. 16. Interessanterweise war das nicht leicht für ihn gewesen. 16. Mitglieder der Gesellschaft nach Hause zu rufen, war kein Kinderspiel. Und diese Schwäche wollte O. sich merken. Nicht, dass dieser geschwächte Zustand länger vorgehalten hätte. Mann! O. hatte keinen Zweifel daran, dass die beiden Lässer den Tag verwünschten, an dem sie ihre Seele eingetauscht hatten. 17. Omega hatte sich sofort an die Arbeit gemacht, und sehr rasch war eine Szenerie entstanden, die direkt aus einem Clive-Barker-Film hätte stammen können. Und da die Lässer untot waren, konnte die Bestrafung endlos weitergehen, bis Omega die Lust verlor. Er hatte noch immer hochkonzentriert gewirkt, als O. abgehauen war. Die Rückkehr in die irdische Welt war dann der absolute Stimmungskiller gewesen. In O.s Abwesenheit hat es einen Aufstand der Betas gegeben. Ein ganzes Eskadron von vier Männern hatte sich gelangweilt und beschlossen, ein paar andere Lässer anzugreifen. Eine Art Treibjagd, die eine Reihe von Todesopfern zur Folge hatte. Jus immer panischere Nachrichten auf der Mailbox, die im Verlauf von sechs Stunden eingetrudelt waren, klangen ziemlich wahnsinnig. Verflucht! Jus war eine totale Niete als Stellvertreter. Er war nicht in der Lage, die Schlachten der Betas zu unterbinden. Und zu allem Überfluss war ein Mensch während der Auseinandersetzung zu Tode gekommen. Der Tote an sich interessierte O. nicht die Bohne. Aber worüber er sich Sorgen machte, war die Leiche. Das Letzte, was er brauchen konnte, war, dass sich die Polizei einschaltet. Schon wieder. Also hatte sich O. selbst der Angelegenheit angenommen und sich die Hände schmutzig gemacht, um diese blöde Leiche loszuwerden. Dann hatte er ein paar Stunden damit vergeudet, die aufsässigen Betas zu identifizieren. Und jedem von ihnen einen Besuch abzustatten. Er hätte sie am liebsten getötet. Aber wenn sich noch mehr Lücken in den Reihen der Gesellschaft auftaten, würde er ein weiteres Problem mit dem Meister bekommen. Als er endlich damit fertig war, das Idiotenquartett windelweich zu prügeln, vor einer halben Stunde, war er auf 180 gewesen. Und in dem Augenblick kam der großartige Anruf von Yu, dass alle Apfelbestellungen für das Wintersonnenwendfest rückgängig gemacht worden waren. Und warum wohl? Weil die Vampire irgendwie rausgekriegt hatten, dass sie unter Beobachtung standen. So viel zu Jus' Unauffälligkeit. Das Massenmordgeschenk an Omega war also geplatzt. Also besaß O jetzt kein Mittel mehr, um dem Meister um den Bart zu gehen. Wenn demnach seine Frau noch am Leben war, würde es noch schwieriger werden, sie zu einem Lässer zu machen. An diesem Punkt war O ausgerastet. Er hatte Yu am Telefon angebrüllt, alle möglichen Obszönitäten ausgestoßen. Und Yu hatte die verbale Auspeitschung über sich ergehen lassen. Wie ein echter Schlappschwanz. War immer stiller geworden. In Deckung gegangen. Das Schweigen hatte O in den Wahnsinn getrieben. Doch er hatte es ja immer schon gehasst, wenn Leute sich nicht wehrten. Mist. Er hätte gedacht, Yu wäre gefestigt. Aber der Kerl war schwach. Und O hatte es satt. Er wusste, er musste Yu ein Messer in die Brust stoßen. Und er würde es auch tun. Aber fürs Erste brauchte er keine weiteren Ablenkungen. Scheiß auf die Gesellschaft. Und Yu. Und die Betas. Und auf Omega. Er hatte wichtigere Dinge zu tun. Also schnappte O sich die Schlüssel für den Pick-up und verließ die Hütte. Er würde auf direktem Weg in die Thorn Avenue fahren. Und er würde in das Haus eindringen. Vielleicht war das die pure Verzweiflung. Aber er war sicher, dass die Antwort, die er suchte, hinter diesem Eisentor lag. Endlich würde er rausfinden, wo seine Frau war. O war beinahe bei seinem Wagen, als sein Nacken zu summen begann. Bestimmt von all der Schreierei am Telefon. Er schenkte dem Gefühl keine Beachtung und setzte sich ans Steuer. Als er auf die Straße einbog, zerrte er an seinem Kragen. Dann hustete er ein paar Mal, um seine Kehle zu lockern. Verdammt! Ein Kilometer weiter rang O bereits nach Atem. Er griff an seinen Hals und keuchte. Dann riss er das Steuer nach rechts und trat auf die Bremse. Er drückte die Tür auf und taumelte raus. Die kalte Luft brachte ein oder zwei Sekunden lang Erleichterung. Dann war das Erstickungsgefühl wieder da. O ging auf die Knie. Als er mit dem Gesicht zuerst in den Schnee fiel, flackerte sein Bewusstsein immer wieder kurz auf, wie eine kaputte Lampe. Und dann verschwand es. Als Sadist über den Flur zu Ralfs Büro lief, war sein Verstand ebenso wach wie sein Körper langsam. Der Rest der Brüder war bereits versammelt und alle wurden still, als er eintrat. Ohne sie zu beachten, hielt er den Blick auf den Boden gerichtet und gingen seine übliche Ecke. Er hörte, wie jemand sich räusperte. Vermutlich Ralf. Torment erhob das Wort. Bellas Bruder hat angerufen. Er hat das Gesuch auf Bannung zurückgestellt und darum gebeten, dass sie noch ein paar Tage hierbleiben kann. Sadists Kopf schnellte hoch. Warum? Er hat keinen Grund angegeben. Thors Augen verengten sich beim Anblick von Sadists Gesicht. Oh mein Gott! Die anderen im Raum drehten alle die Köpfe und man hörte einige leise nach Luft schnappen. Und dann glotzten ihn alle Brüder und Bartsch einfach nur an. Wehfische, denen plötzlich das Wasser abhandengekommen war. Was zum Henker ist denn los? Puri deutete auf den antiken Spiegel an der Wand neben der Flügeltür. Sie selbst! Sadists stapfte durch den Raum. Am liebsten hätte er sie alle verflucht. Es ging doch hier um Bella. Dann fiel ihm die Kinnlade runter. Mit zitternden Händen zeigte er auf die Augen, die in dem altmodischen Bleiglas zu sehen waren. Seine Iris waren nicht mehr länger schwarz. Sie waren gelb, wie die seines Zwillingsbruders. Puri, sagte er leise. Puri, was ist passiert? Sein Bruder trat hinter ihn und sein Gesicht tauchte neben Sades im Spiegel auf. Und dann Raphs dunkle Reflexion, dunkle Brille und lange Haare, dann Rages Filmstar Schönheit und Vishers Baseball-Kapper und Tormans Bürstenschnitt und Bartsch's markante Nase. Einer nach dem anderen berührten sie ihn, legten ihre großen Hände sanft auf seine Schultern. »Willkommen zurück«, flüsterte Puri. Sadist starrte die Männer hinter sich an und hatte den eigenartigen Gedanken, dass, wenn er sich zurückfallen ließe, sie ihn auffangen würden. Kurz nachdem Sadist gegangen war, ging Bella ihn suchen. Sie hatte ihren Bruder anrufen und ein Treffen arrangieren wollen, als ihr einfiel, dass sie sich erst mal um ihren Liebhaber kümmern müsste, bevor sie sich wieder mit ihrem privaten Familiendrama befassen konnte. Endlich brauchte Sadist mal was von ihr, und zwar dringend. Er war beinahe ausgetrocknet nach den Stunden mit ihr, und sie wusste ganz genau, wie verzweifelt er sich nähern musste. Da so viel von seinem Blut in ihr floss, konnte sie seinen Hunger lebendig in sich spüren. Außerdem wusste sie exakt, wo im Haus er sich aufhielt. Sie musste nur ihren Sinnen folgen. Bella folgte einem Puls den Flur mit den Statuen runter, um die Ecke und auf die Flügeltür am Treppenabsatz zu. Wütende männliche Stimmen drangen durch die Tür, und Sadists war eine davon. Du gehst heute Nacht nirgendwo hin, rief jemand. Sadists Stimme klang regelrecht böse. Kommandier mich bloß nicht rum, Thor, das kotzt mich an und ist außerdem eine reine Zeitverschwendung. Sieh dich doch an! Du bist ein verdammtes Skelett! Wenn du dich nicht vorher näherst, bleibst du hier! Bella trat genau dann ins Zimmer, als Sadist sagte, Versuch doch, mich hier festzuhalten, Bruder! Dann wirst du schon sehen, wohin dich das führt! Die beiden Vampire standen dicht voreinander, die Blicke starr, die Fänge gefletscht, um sie herum im Kreis die gesamte Bruderschaft. Du meine Güte, dachte sie, was für eine Aggressivität! Aber Thor hatte recht! In der Dunkelheit des Schlafzimmers hatte sie es nicht richtig erkennen können. Aber hier im Licht saß Sadist halbtot aus. Die Schädelknochen zeichneten sich durch die Haut ab. Sein T-Shirt hing ihm wie ein Sack am Körper. Die Hose hing lose um seine Hüften. Seine schwarzen Augen waren so durchdringend wie immer. Aber der Rest von ihm war in keinem guten Zustand. Torment schüttelte den Kopf. Sei doch vernünftig! Ich möchte für Bella Vergeltung üben. Das ist total vernünftig! Nein, ist es nicht, sagte sie. Bei ihrem Einwurf wandten alle die Köpfe zu ihr um. Als Sadist sie ansah, wechselten seine Augen die Farbe, blitzten von dem wütenden Schwarz, an das sie gewöhnt war, zu einem schimmernden, hellen Gelb. Deine Augen, Deine Augen, flüsterte sie. Was ist mit deinen Augen? Raph unterbrach sie. Bella, dein Bruder hat darum gebeten, dass du noch etwas hierbleiben kannst. Ihre Überraschung war so groß, dass sie den Blick von Sadist wandte. Er will nicht, dass ich die Bannung jetzt im Augenblick ausspreche. Und er möchte, dass du hier bleibst. Aber warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht könntest du ihn danach fragen. Mein Gott, als wäre alles nicht schon verwirrend genug gewesen. Sie schielte wieder zu Sadist, aber der starrte ein Fenster am anderen Ende des Raumes an. Du kannst natürlich sehr gern bleiben, sagte Raph. Als Sadist erstarrte, fragte sie sich, ob das auch für ihn galt. Ich möchte nicht, dass für mich Vergeltung geübt wird, sagte sie laut. Nun schnellte Sadists Kopf rum und sie sprach ihn direkt an. Ich bin dankbar für alles, was du für mich getan hast. Aber ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird, weil er diesen Lässer jagt. Besonders nicht du. Seine Brauen zogen sich finster über den Augen zusammen. Das ist nicht deine Entscheidung. Und ob sie das ist? Bei der Vorstellung, dass er wegen ihr kämpfen musste, überwog ihr Schrecken alles andere. Mein Gott, Sadist, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass du dich umbringen lässt. Dieser Lässer wird in einer Holzkiste enden. Nicht ich! Das kannst du doch nicht ernst meinen, gütige Jungfrau. Sieh dich doch an! Du kannst unmöglich kämpfen. Du bist viel zu schwach! Es ertönte ein kollektives Zischen im Raum und Sadists Augen wurden schwarz. Verfluchter Mist! Bella legte die Hand auf den Mund. Schwach! Sie hatte ihn vor der versammelten Bruderschaft als schwach bezeichnet. Eine größere Beleidigung gab es nicht. Auch nur anzudeuten, dass ein Mann sich nicht kraftvoll behaupten konnte, war schon unverzeihlich unter den Kriegern, egal aus welchem Grund. Aber es vor Zeugen unumwunden auszusprechen, war eine vollständige soziale Kastration. Eine unwiderrufliche Herabsetzung seines Wertes. Bella rannte zu ihm. Es tut mir leid, ich meinte nicht. Sadists zog den Arm weg. Fass mich nicht an! Sie legte sich wieder die Hand auf den Mund, als er einen Bogen um sie machte, als wäre sie eine entsicherte Handgranate. Er stapfte durch die Tür und seine Schritte entfernten sich. Als sie endlich dazu in der Lage war, begegnete sie den missbilligenden Blicken seiner Brüder. Ich werde mich sofort bei ihm entschuldigen, aber hört mir zu. Ich bezweifle nicht seine Kraft oder seinen Mut. Ich sorge mich um ihn, weil ... sag es ihnen, dachte sie. Sicher würden sie verstehen. Weil ich ihn liebe. Unvermittelt ließ die Spannung im Raum nach. Zumindest der Großteil der Spannung. Puri wandte sich ab, ging zum Kamin und lehnte sich an den Sims. Sein Kopf sank nach unten, als wäre er gern in die Flammen gekrochen. Ich bin froh, dass du so empfindest, sagte Rav. Er braucht das. Und jetzt such ihn und entschuldige dich. Auf dem Weg raus stellte sich ihr Tor in den Weg und sah ihr ruhig in die Augen. Und versuch ihn zu nähern, wenn du schon dabei bist. Okay? Ich bete darum, dass er mich das tun lässt. 13 Revenge schlich im Haus umher, von Raum zu Raum, ruhelos. Sein Sichtfeld war rot, seine Sinne hellwach, den Rollkragenpullover hatte er abgestreift und trug die Waffen nun auf bloßer Haut. Er konnte seinen ganzen Körper spüren, genoss die Kraft seiner Muskeln und Knochen. Und es gab noch mehr Gutes. Empfindung, die er nicht mehr erfahren hatte seit mein Gott, es musste zehn Jahre her sein, seit er sich zuletzt so hatte gehen lassen. Und da dies ein willentlicher, planmäßiger Rückfall in den Wahnsinn war, hatte er das Gefühl der Kontrolle, was vermutlich ein gefährlicher Irrtum war. Aber das war ihm scheißegal. Er war befreit und er wollte diesen Feind mit einer Verzweiflung bekämpfen, die einem sexuellen Verlangen gleich kam. Was bedeutete, dass er außerdem höllisch frustriert war? Er blickte aus einem der Fenster in der Bibliothek. Das vordere Tor hatte er weit offen stehen lassen, um Besucher zu ermuntern. Nichts, nada, Fehlanzeige. Die Standuhr schlug zwölfmal. Er war sich so sicher gewesen, dass der Lesser auftauchen würde. Aber niemand war durchs Tor über die Auffahrt zum Haus gekommen und den Überwachungskameras auf dem Gelände zufolge waren nur Autos vorbeigefahren, die in die Nachbarschaft gehörten. Diverse Mercedes, ein Maybach, mehrere Lexus SUVs, vier BMWs. Ach, verdammt! Er wollte diesen Vampirjäger so unbedingt in die Finger kriegen, dass er hätte schreien können. Der Drang zu kämpfen, Vergeltung für seine Familie zu üben, sein Revier zu verteidigen, war unausweichlich. Seine Blutlinie reichte auf mütterlicher Seite zurück bis in die Kriegerelite und die Aggressivität gehörte zu seinem Wesen. Das war schon immer so gewesen. Addierte man zu seinem Wesenskern noch den Zorn über das, was seiner Schwester zugestoßen war, und die Tatsache, dass er seine Mom am helllichten Tag aus ihrem eigenen Haus hatte schaffen müssen. Dann war er ein regelrechtes Pulverfass. Er dachte an die Bruderschaft. Er wäre ein guter Kandidat dafür gewesen, wenn sie ihn vor seiner Transition rekrutiert hätten. Aber wer zum Teufel wusste heutzutage schon noch, was die machten? Sie waren in den Untergrund gegangen, während die zivile Gesellschaft zerbröckelt war. Nun waren die Brüder ein geheimer Bund, der mehr sich selbst schützte als die Rasse, die sie zu verteidigen geschworen hatten. Wenn sie sich mehr auf ihren Job als auf sich selbst konzentrieren würden, hätten sie Bellas Entführung vielleicht verhindern können. Oder sie schneller gefunden. Wieder flammte seine Wut auf und er wanderte ziellos durchs Haus, sah aus Fenstern und Türen, überprüfte Monitore. Schließlich befand er, dass die planlose Warterei Unsinn war. Er würde nur den Verstand verlieren, wenn er die ganze Nacht hier blieb und er hatte Dinge in der Stadt zu tun. Wenn er die Alarmanlage aktivierte und sie ausgelöst wurde, dann konnte er sich in einem Atemzug hierher dematerialisieren. Als er in sein Zimmer kam, ging er zum Schrank und blieb kurz vor dem Tresor stehen. Ohne Medikamente zur Arbeit zu gehen, kam nicht in Frage. Selbst wenn das bedeutete, er müsste eine Waffe benutzen, statt dem Lässer mit bloßen Händen zu begegnen, falls der Scheißkerl sich doch noch blicken lassen sollte. Also nahm Reeve eine Ampulle Dopamin sowie Spritze und Aderpresse raus. Während er die Spritze aufzog und den Gummischlauch um den Oberarm schlang, starrte er die klare Flüssigkeit an, die er sich gleich in die Vene pumpen würde. Havers hatte erwähnt, dass eine so hohe Dosis bei manchen Vampiren Paranoia als Nebenwirkung auslösen konnte. Und Reeve hatte die verschriebene Menge verdoppelt, seit Jesus, seit Bella entführt worden war. Vielleicht verlor er allmählich den Verstand. Doch dann fiel ihm wieder die Körpertemperatur dieses Wesens ein, das vor dem Tor gehalten hatte. Zehn Grad bedeutete nicht lebendig, zumindest nicht bei Menschen. Er setzte sich die Spritze und wartete, bis er wieder klar sehen konnte. Dann zog er sich warm an, nahm den Stock und verließ das Haus. Sadist marschierte ins Zero Sum, Arm, während Puris stille Sorge in seinem Rücken lauerte, wie ein feuchter Nebel. Nur gut, dass er seinen Zwilling leicht ignorieren konnte, sonst hätte ihn all diese Verzweiflung bloß runtergezogen. Schwach. Du bist viel zu schwach. Na gut, dann würde er sich eben darum kümmern. Ich brauche zwanzig Minuten, erklärte er Puri. Dann treffen wir uns draußen in der Seitenstraße. Er verschwendete keine Zeit. Rasch suchte er sich eine menschliche Hure aus, die ihr Haar hochgesteckt trug, gab ihr zweihundert Dollar und schob sie aus dem Club. Sein Gesicht, seine Größe und seine Ruppigkeit schienen ihr egal zu sein. Ihre Augen flackerten willenlos. So high war sie. Als sie auf der Straße standen, lachte sie zu laut. Wie hättest du's denn gern? fragte sie und vollführte ein Tänzchen in ihren halsbrecherisch hohen Stilettos. Sie stolperte. Dann reckte sie die Arme über den Kopf und streckte sich in der Kälte. Du siehst aus, als hättest du es gern auf die harte Tour. Ist mir auch recht? Wortlos drehte er sie mit dem Gesicht zur Hausmauer und packte sie im Nacken. Sie kicherte und tat, als würde sie sich wehren, weshalb er sie festhielt. Er dachte an die zahllosen Menschenfrauen, an denen er über die Jahre hinweg getrunken hatte. Wie gründlich konnte er ihre Erinnerungen löschen. Wachten sie aus Albträumen von ihm auf, wenn ihr Unterbewusstsein sich regte? Schädling, dachte er. Er war ein Parasit, genau wie die Herren. Der einzige Unterschied war, dass er keine Wahl hatte. Oder doch? Er hätte heute Nacht Bella wählen können. Sie hatte das gewollt. Aber wenn er sich an ihr nähern würde, dann würde es nur noch schwerer für sie beide werden, loszulassen. Und genau darauf lief es doch raus. Sie wollte nicht, dass für sie Vergeltung geübt wurde. Er konnte nicht ruhen, solange dieser Lesser noch Platz auf der Erde einnahm. Noch wichtiger aber war, dass er nicht zusehen konnte, wie Bella sich selbst zerstörte, indem sie den falschen Mann zu lieben versuchte. Er musste sie dazu bringen, sich von ihm abzuwenden. Er wollte, dass sie glücklich und sicher war. Er wollte, dass sie tausend Jahre lang mit einem Lächeln auf den Lippen aufwachte. Er wollte, dass sie einen guten Partner an ihrer Seite hatte. Einen, auf den sie stolz sein konnte. Obwohl er sich an sie gebunden hatte, war es ihm wichtiger, dass sie Freude kannte, als sie für sich zu haben. Die Prostituierte zappelte. Machen wir es jetzt oder nicht, Daddy? Ich kann es nämlich kaum noch erwarten. Sade fletschte die Fänge und legte den Kopf schräg, um zuzubeißen. Sade ist Nein! Beim Klang von Bellas Stimme wirbelte er rum. Sie stand mitten auf der Straße, etwa fünf Meter von ihm entfernt. In ihren Augen lag Entsetzen. Der Mund stand offen. Nein, sagte sie heiser. Tu das nicht! Sein erster Impuls war, sie schleunigst zum Haus zurückzubringen und sie dann anzubrüllen, weil sie es verlassen hatte. Sein zweiter, dass das seine Chance war, das Band zwischen ihnen ein für allemal zu zerstören. Es war ein chirurgisches Manöver, das eine Menge Schmerz mit sich brachte. Aber ihre Wunde würde abheilen, selbst wenn es seine nicht täte. Die Hure wandte den Kopf und lachte fröhlich und schrill. Will sie zuschauen? Gut, das kostet nämlich einen Fünfziger extra. Bella legte die Hand an die Kehle, als Sadist die Frau zwischen sich und der Mauer einklemmte. Der Schmerz in ihrer Brust war so stark, dass sie nicht atmen konnte. Ihn so nah bei einer anderen Frau zu sehen, einem Menschen, einer Prostituierten und nur um sich zu nähern? Nach allem, was sie letzte Nacht erlebt hatten. Bitte, sagte sie, nimm mich, tu das nicht. Er drehte die Frau um, so dass sie sich gegenüber standen. Dann umklammerte er die Brust der Hure mit einem Arm. Sie lachte und wand sich in der Umarmung, rieb sich an seinem Körper, ließ die Hüften geschmeidig kreisen. Bella streckte die Hände in der eiskalten Luft nach ihm aus. Ich liebe dich. Ich wollte dich nicht vor den Brüdern beleidigen. Bitte, tu das nicht, um dich an mir zu rächen. Seydest sah ihr direkt in die Augen. Kummer schimmerte in seinem Blick und bodenlose Verlassenheit. Doch er fletschte die Fänge und versenkte sie in den Hals der Frau. Bella schrie auf, als er schluckte. Die Frau lachte wieder trellernd und wild. Taumelnd stolperte Bella rückwärts. Immer noch ließ er sie nicht aus den Augen. Selbst als er neu ansetzte und noch gieriger trank. Sie konnte keine Sekunde länger zuschauen und dematerialisierte sich an den einzigen Ort, der ihr einfiel. Das Haus ihrer Familie. 14 Der Reverend will dich sehen. Pyre sah von dem Glas Mineralwasser auf, das er sich bestellt hatte. Ein Berg von einem Türsteher ragte über ihm auf, eine wortlose Drohung verströmt. Hat er einen bestimmten Grund genannt? Du bist ein hoch geschätzter Kunde. Dann sollte er mich in Ruhe lassen. Ist das ein Nein? Nein? Pyre zog eine Augenbraue hoch. Genau, das ist ein Nein. Der Maure verschwand und kam mit Verstärkung zurück. Noch zwei Kerle in seinem Format. Der Reverend will dich sehen. Das sagtest du bereits. Sofort! Der einzige Grund, warum Puri den Tisch verließ, war, dass das Trio ihn sonst wahrscheinlich weggetragen hätte. Er konnte das Aufsehen nicht brauchen, dass er erregen würde, wenn er ihnen Manieren beibrachte. Sobald er das Büro des Reverend betrat, wusste er, dass der Mann in einer gefährlichen Verfassung war. Nicht, dass das ungewöhnlich gewesen wäre. Lasst uns allein, murmelte der Vampir hinter seinem Schreibtisch. Der Raum leerte sich und er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Die violetten Augen hellwach! Sein Instinkt ließ Puri eine Hand locker hinter dem Rücken halten, wo er einen Dolch am Gürtel trug. Ich habe über unser letztes Treffen nachgedacht, begann der Reverend, die langen Finger im spitzen Winkel aneinander gelegt. Das Deckenlicht betonte seine hohen Wangenknochen und den kantigen Kiefer, die schweren Schultern. Sein Irokese war frisch geschnitten, der schwarze Streifen nur mehr fünf Zentimeter lang. Tja, ich habe darüber nachgedacht, dass du mein kleines Geheimnis kennst. Ich fühle mich schutzlos. Puri schwieg weiter. Er fragte sich, worauf das Gespräch rauslaufen sollte. Nun schob der Reverend seinen Stuhl zurück und legte den Knöchel aufs Knie. Sein teures Jackett gab den Blick auf die breite Brust darunter frei. Du kannst dir sicher vorstellen, wie ich mich fühle, wie mich das umtreibt. Versuch's mit Ambien, das schießt dich weg, oder ich Hand über den Irokesen schnitt. Die Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen. Ich fühle mich einfach nicht sicher. Was für eine dreiste Lüge. Der Kerl umgab sich mit seinen Mauren, die ebenso schlau wie tödlich waren. Und er war definitiv jemand, der sich behaupten konnte. Außerdem hatten Sympathen in Konfliktsituationen Vorteile, die niemand sonst hatte. Das Lächeln des Reverend verschwand. Ich dachte mir, du könntest mir dein Geheimnis gestehen. Dann wären wir quitt. Ich hab keins. Blödsinn, Bruder. Die Mundwinkel des Reverend verzogen sich wieder nach oben. Doch seine Augen waren kalt. Denn du bist ein Mitglied der Bruderschaft. Du und diese großen Kerle, mit denen du herkommst. Der mit dem Ziegenbärtchen, der mein Wodka trinkt. Und der mit dem kaputten Gesicht, der meine Huren aussaugt. Was es mit dem Menschen auf sich hat, den du da im Schlepptau hast, ist mir schleierhaft. Aber irgendwie gehört er auch zur ganzen Sache. Durchdringt Sapiri ihm in die Augen. Du hast gerade jede gesellschaftliche Regel verletzt, die unsere Spezies besitzt. Aber was soll man von einem Drogendealer anders erwarten? Die Leute, die Drogen nehmen, lügen immer. Insofern war meine Frage zwecklos. Sieh dich bloß vor, Mann, warnte Puri leise. Oder was? Willst du mir sagen, du bist dein Bruder und ich soll mich besser warm anziehen, bevor du mir noch wehtust? Gesundheit sollte man nie für selbstverständlich halten. Warum gibst du es nicht einfach zu? Oder habt ihr Brüder Angst, dass das Volk, das ihr im Stich lasst, gegen euch rebellieren könnte? Versteckt ihr euch vor uns, weil ihr in letzter Zeit so kläglich versagt habt? Puri wandte sich ab. Keine Ahnung, warum erzählst du mir das alles? Was den roten Rauch angeht, die Stimme des Reverend klang messerscharf. Der ist mir gerade ausgegangen. Eine leichte Beunruhigung legte sich auf Puri's Brust. Er blickte über die Schulter. Es gibt noch andere Dealer. Viel Spaß beim Suchen. Puri legte die Hand auf den Türgriff. Als er sich nicht bewegen ließ, warf er einen Blick zurück. Der Reverend beobachtete ihn, reglos wie eine Katze. und hielt ihn mit seinem Willen hier im Büro gefangen. Also verstärkte Puri seinen Griff und zog das Messingstück einfach ab. Die Tür schwang auf und er warf dem Reverend die Klinke auf den Schreibtisch. Das wirst du wohl reparieren müssen. Er kam zwei Schritte weit, bevor ihn eine Hand am Arm packte. Das Gesicht des Reverend war hart wie Stein, genau wie sein Griff. Mit einem violetten Augenblinzeln loderte etwas zwischen ihnen auf. Eine Art Austausch, eine Strömung. Aus dem Nichts heraus empfand Puri eine überwältigende Woge von Schuld gefühlen, als hätte jemand den Deckel von all seinen tiefsten Sorgen und Ängsten, was die Zukunft der Rasse betraf, gezogen. Er musste reagieren, konnte den Druck nicht aushalten. Ohne so recht zu wissen, wie ihm geschah, sprudelte es aus ihm vor. Wir leben und sterben für unser Volk. Die Spezies ist unser oberstes und einziges Anliegen. Wir kämpfen jede Nacht und zählen die Kanupen der Lässer, die wir töten. Durch List beschützen wir die Unseren. Je weniger sie über uns wissen, desto sicherer sind sie. Deshalb leben wir im Verborgenen. Sobald die Worte raus waren, fluchte er. Verflucht noch mal, einem Sympathen konnte man nie trauen, dachte er, beziehungsweise den Gefühlen, die man in ihrer Gegenwart hatte. Lass mich los, Sündenfresser, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen durch. Und halt dich gefälligst aus meinem Kopf raus. Der harte Griff lockerte sich und der Ravarant deutete eine Verbeugung an. Eine Geste des Respekts, die schockierend war. Wer hätte das gedacht? Krieger, gerade ist eine Schiffsladung roter Rauch eingetroffen. Der Vampir schritt an ihm vorbei und verschwand langsam in der Menge. Sein Irokesen schnitt, die massigen Schultern, die Aura verloren sich zwischen den Menschen, deren Süchte er fütterte. Bella nahm vor dem Haus ihrer Familie Gestalt an. Das Außenlicht brannte nicht, was seltsam war. Aber sie weinte, also hätte sie sowieso nicht viel gesehen. Sie schloss auf, stellte die Alarmanlage ab und stand im Foyer. Wie konnte Sadist ihr das antun? Er hätte ebenso gut vor ihren Augen Sex haben können. Das hätte ihr keinen größeren Schmerz zugefügt. Sie hatte ja immer gewusst, dass er grausam sein konnte. Aber das ging einfach zu weit. Selbst für ihn. Allerdings konnte das keine Revanche für ihren Affont sein. Nein, das wäre zu kleinlich. Sie vermutete eher, dass es ein demonstrativer Bruch sein sollte. Er wollte ihr eine Botschaft zukommen lassen. Eine unmissverständliche Erklärung, dass Bella in seinem Leben nicht erwünscht war. Das hatte funktioniert. Entmutigt, geschlagen, sah sie sich in der Eingangshalle um. Alles war beim Alten. Die blaue Seidentapete, der schwarze Marmor Fußboden, der glitzernde Kronleuchter über ihrem Kopf. Es war wie eine Zeitreise. In diesem Haus war sie aufgewachsen, als letztes Kind, das ihre Mutter je gebären würde. Als verhätschelte Schwester eines liebevollen Bruders, als Tochter eines Vaters, den sie nie gekannt hatte. Moment mal, es war ruhig, viel zu ruhig. Marmen, Lani, Stille. Sie wischte sich die Tränen ab. Lani, wo waren die Doggen und ihre Mutter? Sie wusste, dass Reef unterwegs war und das tat, was auch immer er nachts tat, aber die anderen waren sonst immer zu Hause. Bella ging zu der gewundenen Treppe und rief laut. Marmen! Dann rannte sie hoch zum Schlafzimmer ihrer Mutter. Die Decke war zurückgeworfen, das Laken zerknüllt. So etwas würde die Doggen normalerweise niemals zulassen. Erschrocken ging sie weiter zu Revenges Zimmer. Sein Bett war ebenfalls nicht gemacht. Das teure Lein und die Pelzdecken, die er immer benutzte, zur Seite geschleudert. Die Unordnung war unerhört. Das Haus war nicht sicher. Deshalb hatte Reef darauf bestanden, dass sie bei der Bruderschaft blieb. Hastig lief Bella aus dem Zimmer und die Treppe runter. Sie konnte sich nur draußen dematerialisieren, weil die Wände des Hauses mit Stahl ausgekleidet waren. Sie rannte durch die Eingangstür raus und wusste nicht wohin. Nicht mal sie kannte die Adresse des Unterschlupfs ihres Bruders und genau dort hätte er Mom und die Doggen hingebracht. Auf keinen Fall würde sie sich damit aufhalten, ihn vom Haus aus anzurufen. Sie hatte keine andere Wahl. Sie war todunglücklich. Sie war wütend. Sie war erschöpft. Und die Vorstellung, zum Haus der Bruderschaft zurückzukehren, machte alles nur noch schlimmer. Doch lebensmüde war sie auch nicht. Also schloss sie die Augen und kehrte zum großen Haus der Bruderschaft zurück. Sadist beeilte sich mit der Hure. Dann konzentrierte er sich auf Bella. Da sein Blut in ihr floss, konnte er spüren, wie sie sich irgendwo südöstlich von ihm materialisierte. Er peilte ihre Position in der Gegend Bellman Road und Thorn Avenue an. Eine sehr noble Gegend. Offenbar wollte sie nach Hause. So fortschrillten all seine Alarmglocken. Dieser Anruf ihres Bruders war zu merkwürdig gewesen. Irgendwas ging dort vor sich. Warum sonst sollte der Kerl sie plötzlich in der Obhut der Bruderschaft lassen, nachdem er vorher noch eine Bannung über sie verhängen wollte? Er wollte ihr schon hinterher. Da fühlte er eine neuerliche Bewegung von ihr. Dieses Mal landete sie vor dem Haus der Bruderschaft und dort blieb sie auch. Gott sei Dank. Für den Augenblick brauchte er sich keine Sorgen um ihre Sicherheit zu machen. Unvermittelt ging die Seitentür des Clubs auf und Puri kam mit merklich schlechter Laune raus. Fertig? Ja. Dann solltest du nach Hause gehen und darauf warten, dass die Kraft wirkt. Hat sie schon gewissermaßen Zeit. Puri brach ab und beide drehten urplötzlich die Köpfe um. Dort, wo die kleine Seitenstraße auf die Trade Street traf, liefen drei weißhaarige, schwarz gekleidete Männer hintereinander vorbei. Der Blick der Lesser war nach vorn gerichtet, als hätten sie ein Ziel ausgemacht und rückten ihm jetzt zu Leibe. Ohne ein Wort rannten Seit und Puri los. Leichtfüßig durchquerten sie den frischen Schnee. Als sie auf der Trade Street ankamen, stellte sich raus, dass die Jäger kein Opfer gefunden hatten, sondern sich mit einem weiteren Trupp ihrer eigenen Art zusammentaten. Von denen zwei braunes Haar hatten. Seit legte die Hand um einen der Dolche und konzentrierte sich auf die beiden dunkelhaarigen. Gütige Jungfrau im Schleier. Hoffentlich war einer von ihnen der, den er suchte. Halt, Zeit, zischte Puri und zog sein Handy raus. Du wartest hier und ich hole Verstärkung. Wie wäre es damit, wenn du telefonierst? Er zog den Dolch und ich in der Zeit schon mal einen erledige. Damit rannte es Zeit los, die Klinge unauffällig an den Oberschenkel gepresst, denn in dieser Gegend waren viele Menschen unterwegs. Die Lässer entdeckten ihn sofort und gingen in Angriffsposition, die Knie gebeugt, die Arme erhoben. Um die Bastarde zusammen zu treiben, trabte er in einem großen Kreis um sie herum. Und sie gingen mit, drehten sich, formierten sich zu einem Dreieck, dessen Spitze auf ihn gerichtet war. Als er in den Schatten zurück wich, folgten sie ihm als Einheit. Sobald die Dunkelheit sie allesamt verschluckt hatte, hob Seid seinen schwarzen Dolch hoch über den Kopf, fletschte die Zähne und griff an. Er betete darum, dass er nach diesem blutigen Reigen entdecken würde, dass einer der beiden dunkelhaarigen Lesser einen weißen Ansatz am Kopf hatte.